So Leute, da haben wir das nächste Spiel und ich hab dir nochmal dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Show and Tell gegen Mehrfolg. Ja. Ich müsste nur mal darauf hinweisen, dass die schöne Companion App da oben, weil ein gewisser jemand seine Würfel vergessen hat. Ich finde das ja nicht schlimm. Es gab ja viele Zusprüche tatsächlich beim letzten Mal, als das passiert ist, dass sie das tatsächlich besser finden als die Würfel. Echt? Ich finde persönlich die Würfel einfach schöner. Ja, aber die Würfel können Leuchte aus dem Bild rollen. Ja und vor allem kann man halt schön 23, 24, 25 einfach mit der Hand zeigen. Das stimmt. Das ist schon angenehm. Auf der anderen Seite muss ich das jedes Mal zinsieren, wenn jemand SMS kriegt. Wir starten mit Mehrfolg spielt einen Tideshifter, heißt der glaube ich? Shaper. Der eine Insel macht? Ja, wenn man ihn kickert. Also bleibt dann als Einser. Ist ja generell die Frage, wer ist hier favoured, wenn Show und Tell schnell ist? Show und Tell? Ja. Mehrfolg? Kann halt auch wehtun. Kann halt auch hart sein. Die Frage ist, kriegt der Schifter einfach generell bloß an, ob es eins für eine Insel kontrolliert? Oder wenn der so einen Flutcounter auf dem Land hat? Ich bin mir grad nicht sicher, aber wenn es wirklich eine Insel ist, dann wäre das jetzt 1-Manner-2-2er. Das würde dann schon wehtun, weil das ist ja eine Insel, auch wenn es aussieht wie ein... Ja, wenn es aussieht wie sonst sowas. Da vermisse ich doch die alten Inseln. Äh, ich guck mal grad in der... In der Regie nach. Ja, als long as a opponent controls an Island. Ja, das ist natürlich, 1-Manner-2-2er ist natürlich gut. Ja, den nehme ich auch. Obwohl ich hab lieber einen 1-Manner-3-3er fliegen mit, äh... Ja, 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 komischen, komischen, komischen Abwerfen, wenn man Spells macht. Das Brainstormen ohne Fettschland in der ersten Runde. Das heißt, die Hand muss extrem gut sein. Ja, das würde man das nicht machen. Das ist halt die Frage, ob man jetzt noch Land sucht, ne? Ja, da macht man es trotzdem nicht mit seinem eigenen Zug, sondern erst in Turn 2. Also, die Hand muss extrem gut sein, dass man das macht. Der hat auf jeden Fall noch einen Force auf der Hand. Wenn er noch einen Show und Tell auf der Hand hat, macht er Show und Tell Ja, da ist ein Show und Tell. Die Frage ist, ob er jetzt ein Ding gefunden hat oben drauf. Da sie hat, ist extrem gut. Jo. Ja, okay. Mehrfach hat er halt auch, äh, Counters. Das sind Edged-Foilings. Fällt mir gerade auf. Die, die Inseln sind Edged-Foil und der Typ ist auch Edged-Foil. Wow. Also, auf Kamera sieht man das halt nicht. Ah, es sind jedenfalls zwei Fettschlander. Hm, das muss ich gar nicht überlegen. Man hat, kennt ihn, kannte nur noch, doch, man kannte einen Fettschland und einen Sneak Attack. Ja. Dann, warum? Hm. Warum? Hm. Geht mal hier auf Zeit. Ist das ein blaues Deck? Ja. Ja, stimmt. Aber man hat selber ein Force. Ist halt die Frage, ob man Force plus Pitch hat. Hm. Hat mal. Ja. Mr. Rainforest, go. Hm. Ja, aber man hat wahrscheinlich die Sneak Attack oben draufgelegt. Das ist der Dude mit Flash? Mit Flash. Wenn er ins Spiel kommt, äh, tappt der eine, eine Kreatur. Könnte man natürlich es prima gegen, äh, Emrakul benutzen. Ja, kann man schon. Hörer legen, macht Spaß. Ja. Ja, ich würd's einfach auch einfach reinflaschen, wenn der Gegner, äh, Sneak Attack gegen Combat, Flash. Ja. Das ist schon strong. Damit kann man schon, schon viel weghalten. Und jetzt natürlich, oh mein Gott. Jetzt kommt der. Der Lord. Der Lord. Auf Atlantis. Ja. Das heißt, man geht hier für sechs Hauen. Ohne, dass man geblockt werden kann. Ja, Island Walk ist halt Premium. Stark. Ja, Walk haben wir auch lange nicht mehr gesehen, ne? Generell Mountain Walk und Island Walk. Also selbst die Goblin spielen ja kaum noch Mountain Walk. Naja, man hat's auch lange nicht mehr gesehen. Einfach in Sets drin. Stimmt, ja. Als Fähigkeit. Ja. Ich glaub, das letzte Mal in Skars auf Meriden habe ich mich erst zerscht. Boah. Ja, schon lange. Da wüsste ich jetzt grad nicht. Außer, das wär so random irgendwo mal reingeschaut. Wir hatten ja so ein, zwei Sets, wo so ein Keyword mal drin war. Ja, das stimmt. Übrigens. Auf einer Karte. Übrigens, das ist Poisonous. Das ist was? Poisonous. Poison was? Äh. Ja. Zehn Leben ist auch nicht viel. Jetzt hab ich direkt alles guckt bei mir im Kopf. Äh. Bitte hier Lied einfügen. Ja. Gut, dass du niemals Infekt gespielt hast. Das ist nicht wahr. Ich hab Mono Black Infekt gespielt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. After the Fetch. Draw. Was hat man jetzt alles auf der Hand? Nabi? Ja, okay. Man kann natürlich schon Dace rumspielen. Ja. Wärte hier wahrscheinlich auch getan. Das existiert in Mehrfolg tatsächlich. Hin und wieder mal. In diesem Mehrfolg nicht. Ist da ein Buseiju im Mainboard? Ja. What the fuck? Ja, ein Buseiju im Mainboard. Das ist halt, wenn ich's richtig im Kopf hab, äh, ne Liste, die halt wirklich versucht, gegen Delver zu gehen. Ja, okay. Da brauchst du das. Genau. Dementsprechend. Oh. Delver hat halt 8-9-Counter. 10-Counter? Miss-Matched-Insel. Ja. Genau. Schauntel. Puh. Okay, der Mehrfolksspieler. Oh, der ist auf der Hand. Eieiei. Der Mehrfolksspieler hat hier diese commercial legendary Mehrfolg. Äh. Und ein True Name. Okay. Das ist jetzt die Frage. Man kann nicht, der braucht ja nur, der ist, 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 der ist tot. Echt, ich, ich bin sicher. Island Walk killt den. Ja, aber, der Lord hat selber ja keinen Island Walk. Braucht er nicht, wenn man eine andere Kreatur reinlegt. Ja, der legt jetzt einen TNN rein und dann? Ja, was sagt man, hätte die Sneak Attack behalten. Er hätte die Sneak Attack reingelegt und hätte dann mit dem roten Mana, äh... Jo. Ja, du, du, Math, ne? Also... Ich weiß nicht mehr mehr, was diese legendary Mehrfolks macht, muss ich ehrlich gestehen. Äh... Aber unser Schauntelspieler anscheinend auch nicht. Irgendwas mit, mit Mehrfolks... Äh, das ist, wenn die, wenn du zwei Mehrfolks kontrollierst, die, glaube ich, Indestructible. Das kann sein. Und wenn ein Mehrfolks angreift, ziehst du eine Karte, irgendwie sowas? Das kann auch sein, das wäre auch sehr mächtig. Äh, aber da hat man sich auf jeden Fall zu viel Zeit gelassen. Jo, das hier wäre um. Das ist um, 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 um. Also die Frage, wer, wer, ja, Sneak Attack wäre, wer wesentlich besser gewesen. Wir hätten jetzt noch das Mana gehabt zum Cracken und dann, äh, ja. Genau, rein gehen. Man musste tatsächlich auch... Man hat die doch gesehen. Man hat die doch gesehen und oben drauf gelegt. Und weggemischt, weil man eben Schauntel als die schnellere Karte beinhaltet hat, was sie halt im Endeffekt nicht war. Ne. Ja, okay. Ja, okay, ich sag mal, Schauntel, den Sneak Attack, das ist okay, legst du rein, der greifst an. Jetzt die Frage, wenn du dann angreifst, der hat jetzt, der musste alles wegopfern. Der hatte nicht genug Inseln und der hatte nicht genug Permanente. Genau. Na, drei Blattmoons, stimmt gut. Ja, es waren eine Menge Cyberkarten. Ich gehe mal davon aus, da ist einiges an, an Bordwipe reingeflogen. Ja, Kreaturen kriegen Schaden, Kreaturen kriegen Schaden, Abreid, Bounce, ähm, theoretisch kann man, wenn man nicht, man hat es nicht gesehen, aber wenn eine Weile drin wäre, kann man überlegen, Meltdown zu spielen. Ja, aber brauchst du nicht, also Weile ist drin auf jeden Fall. Mehrfach auf der anderen Seite, Pff, Blue Elemental Blast ist vielleicht ein Ding, ansonsten Karakas ist ein Bord. Eidro Blast, ja. Sonst wüsste ich ehrlich gesagt nicht so, lol. Lol, Alter. Ah, okay, man könnte den, man braucht ja auf jeden Fall Land, ist kein Land dabei. Der Highbreager ist wahrscheinlich im Sidebar. Stimmt, ja, da ist ein Phantasmal Image. Da sind drei Phantasmal Images gewesen. Wow. Ja, Show & Tell hat eine ziemliche Nutsand. Ist das Turn 2 Show & Tell? Das ist Turn 2 Show & Tell. Oh. Dann geht da ja noch was. Aber mit Force Backup. Okay, ist halt die Frage, ob man so ballsy gehen will und macht Show & Tell into, ähm, Oh, mit Buseiju. Heißt, man muss schon immer um die Counter-Magic kümmern. Das ist wirklich, wirklich gut. Man hat halt immer kein fettes Vieh. Genau, also das ist halt der Punkt, das hofft man wahrscheinlich zu finden. Man hat halt einen Omni-Signs, ne? Ah, schon gut. Omniscience ist schon ziemlich, ziemlich gut, um die reinzulegen. Ist halt die Frage, wie ballsy man gehen möchte. Ja. Da? Das ist nicht so teuer, Buseiju. Das ist nicht so teuer. Insel und... Stimmt, Mehrvolk wahrscheinlich ohne... Nein, das ist der Port Mehrvolk. Ah, ja, ja, ich war gerade ohne Wasteland. Weiß ich gerade gar nicht, ob die Wastelands drin sind. Ja, nur wieder mal haben die Wastelands drin. Ähm, ich glaube... Da hast du einen Wish. Ja. GG? Ja, das ist ziemlich nass. GG? Ja. Also, äh... Ja, du könntest den Wish noch counteren. Dann hat man eine Force auf der Hand, die man dann verhaktkasten kann. Stimmt, man kann ja einen Force-Hardkasten. Ja, das ist eben. Und selbst wenn. Topdecks. Ja, aber Topdecks von Joe & Tell sind schon ziemlich miet. Ja, okay, da kommt er auch auf den Joe & Tell-Spieler an. Der eine zieht nur Länder, der andere zieht nur Müll. Ja, ja, ja. Zusammen wären sie eine coole Fusions-Target. Ja, ja. Ja. Zwei Damage. Zwei Damage. Gehe auf 17. Short-Tel. Short-Tel. Kann nicht gecountert werden. Jada, jada, jada. Leg mal was rein. Ich leg übrigens noch einen Nations rein. Was legst du rein? Oh, guck mal, das ist ein... Ah, der hat einen Halbreacher tatsächlich. Ja, wie gesagt Halbreacher wahrscheinlich auf dem Sideboard. Ja, dann kannst du aber trotzdem... Hat der die grüne Karte im Sideboard, wo du dir Viecher mit raussuchen kannst? Ne. Dann kannst du ja aber trotzdem... Der hat auch Intuition nicht. Wie heißt die andere? Kannst du hier drei raussuchen. Das ist Intuition. Das ist Intuition. Hat der die im Sideboard? Wir werden es jetzt sehen. Ja, Eingebung hat er im Sideboard. Brauch aber nicht. Der gewinnt jetzt einfach über Combo. Ja, ja, kann er auch. Das kann das ziemlich gut. Dann Firemind. Ja. Firemind. Play Firemind. Firemind sucht den Karle mit... Einen Instant mit drei Mana, zwei Mana und ein Mana raus. Also, Instant of Sorcery. Früher war das ein Mana mal ein Pflasterstorm oder so. Genau, ein Mana ist ein Pflasterstorm, zwei Mana ist ein Spellkopierer, drei Mana ist ein neuer Wish. Jupp. Und dann geht man halt in die Combo. Mit zehn Schaden an dich. Copy Spell. Genau. Ja da, ja da, ja da. Genau. Ah, ein roter Blast, das ist auch nicht so schlecht. Wieso nimmt man denn hier ne Braid? Hä? Vielleicht hat man den Copy Spell schon auf der Hand. Ach, du kannst den Tuition einfach nehmen und knallst den Emmy aufs Board. Ja, aber vielleicht hatte man den zwei Mana Spell einfach schon auf der Hand. Äh, zwei Handkarten. Sonst wüsste ich nicht, wo man hier ein Braid nehmen sollte. Ponder. Ponder hätte auch einfach ein Counterspell sein können. Also, aber ein Wish. Mhm, genau. Jetzt, could I operate? Mhm, 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 mhm. Ist die Frage, was man noch hat. Ob man jetzt pondert? Es ist grad echt ne komische Lie. Ja, ich versteh halt auch nicht, warum man nicht einfach den Double Wish genommen hat und einfach 20 Schaden aufs Gesicht geschossen hat. Da hast du nicht so gruselt er die. Hier hat man wahrscheinlich wieder zu viel Angst vor Countdown. Oh, man hat doch ein Force of Will auf der Hand. Ja. Man hat doch einfach gewonnen gehabt. Ja, okay, so hat man auch gewonnen. Ja, natürlich, aber Menschen, die nur aufschreiben und nicht auf dein Handy gucken. Ja, sind wir bei 10. Sind wir bei 10. Ist aber nicht so schlimm. Das ist vorbei. Das ist ein ziemlich nasser Hand. Das ist die Hand, die Hand, die sagt einfach, du machst nicht, ich mach alles und jetzt schmeißt der hoffentlich seinen Wish-Tagel dann zu Sideboard. Das war doch schon mal passiert sein. Auf einmal die Wish-Tagels auf dem Board. Vielleicht. Vor allem, wenn man Khan spielt. Ja, ja, ja. Ja, zählt das Sideboard nach dem Boarden. Korrekt. So, hier wird, bei mehr Erfolg werden Karten rausgenommen. What? Hier, man nimmt vielleicht wieder Daces rein. Wobei Daces sind nicht in der Liste drin. Äh. Höh. Hm. Vielleicht ist einem noch eingefallen, was man noch reinnehmen könnte. Vielleicht. Es kann auch sein, dass das vielleicht reinnehmen stabil ist. Da waren die Enderführungen, da waren Wastelands. Surgicals, nee, die können raus. Ja, die sind safe raus. Die brauchst du nicht so wirklich. Ich wüsste gar nicht, wofür die relevant wären. Naja, man könnte halt das Fosserfüll-Surgicalen und könnte dann halt das Ding kontern. Ja, oder wenn man den Counterboard gewonnen hat, nimmt man das Schoenteil raus. Kann man auch machen. Ja. Oder auf den Emmy-Trigger nimmt man alle Emmys raus. Ah. Keine Emmys mehr im Spiel. Ja. Ich meine, dann hat man schon sein herbes Wort geopfert und ist praktisch tot, aber... Ja, also wenn man am Boden liegt und... Warte mal, du hast dann wie viel gefressen? Zwölf, ne? Der ist zwölf, zwölf. Dann hast du dir noch zwei durch die Dings rein. Oh, klingt fair. Ja. Also eben haben wir mal gesehen, was mehr Erfolg machen kann. Danach haben wir mal gesehen, was Show & Tell machen kann. Jetzt die große Frage, wer macht jetzt in dieser Runde was? Äh. Ja. Ist halt die Frage, ob Show & Tell wieder so ein Nuts-Hand hat. Selten. Ja, ja, ja. Vor allem bei unseren Show & Tell-Spielern. Da ist eine Aether-Fiole, da sind ein paar Lords. Pfff, keine Interaktion. Brainstorm-Action. Drei Länder, Vier Länder. Ponder. Da hinten ist, glaube ich, Show & Tell. Man braucht im Endeffekt nur noch einen Erhebler. Drawfutter. Go Fitch. Äh. Mir ist Go Fitch Brainstormach, bin ich schon wieder sehr enttäuscht. Äh. Weil die Hand ist nicht gut genug, als dass du das machen kannst. Nee. Du willst, du musst es halten, auch wenn es langsamer ist, musst du es halten, damit du zwei Karten los wirst. Ja, und hoffen, dass du nicht schon wieder an Land ziehst. Ja, ja, genau. Und das ist halt genau der Punkt. Und, äh. Weil wenn du jetzt sagst, du ziehst zwei Länder und irgendeine Karte, dann musst du davon mindestens noch eins davon behalten. Das ist halt ätzend. Ja. Dementsprechend wäre es halt schon, es ist halt schon besser, da mit Ponder und so weiter zu starten, wenn man es hat. Aber, das hat man hier auch dementsprechend sehr, sehr gut. Brainstorm, wie gesagt, wäre hier echt vernichtend. Da haben wir uns in die Geteck gesehen. In der Braid. Fetchland. Schontel? Ja. Braid, Fetchland, Schontel. Das ist nicht das Geilste, das man haben will eigentlich. Man kann so Braid aber ziehen von Schontel. Ja, da hat man Backup Schontel. Ja. Dann kann man einen Counter-War sich mal leisten. Und diese Braid knallt die Vile weg. Oder ein Mehrfolg. Ja, das ist ziemlich wichtig. Sogar, uh, Mutawolt. Ja, Mutawolt. Aber ich glaube, hier spielt man noch Insel, damit man den ersten Lord spielen kann. Mutawolt, das beste Land, wenn man Black Engineer irgendwo in Limbus hat. Ja. Ja, das stimmt. Okay. Schontel. Hat man ein Target gefunden. Aber man will die Sneaketeck reinschmeißen. Das kann sein. Ach, ein Emmy! Man hat einen Target gefunden. Hä? Man hat einen Target gefunden. Sehr nice. War das vielleicht eins von denen, wo ich gedacht habe, wäre ein Land? Das kann natürlich sein. Ja, Stadt ist... Wie kriegst du jetzt den Emmy gehandelt? Karukas. Hier hat man die Violen-Träger vergessen. Was vernichtend sein kann. Was wirklich vernichtend ist. Ja, weil du kannst jetzt, wenn du... Könntest du mal einen reinweilen. So, der Gegner muss halt... Du machst halt... Plus eins auf... Warum gibst du dir nicht vorher Island Walk? Ach, weil die haben schon Island Walk. Die haben schon Island Walk. Er hat doch den Lord mit Island Walk auf der Hand. Oder? Okay, er blockt auf jeden Fall nicht. Er hat Island Walk. Hat der... Hat der Lord in der Mitte, gibt der Island Walk? Stimmt, der Lord in der Mitte gibt Island Walk. Aber der dürfte dem anderen Lord nicht... Also, er selber hat kein Island Walk. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich muss mir, glaube ich, die Legendary Screecher in echt nochmal durchlesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß nur, dass es aus... Komm mal... Wenn man jetzt den Lord spielt, dann hätte man ihn auch vorher spielen können. Drei mehr Damage. Ja. Drei mehr Damage. Nein! Das wäre wichtig gewesen, weil nächste Runde hättest du einfach eine Mutter, ein Land und ein Lord behalten können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oder ein Land noch auf der Hand. Da hättest du in der nächsten Runde noch geklatscht. Ja, Land ist noch auf der Hand. Deswegen, das war... Das war gerade... Wieso behältst du einfach zwei... 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 Das Braid hat man trotzdem noch gezogen, ne? Ja. Die Weil wird getappt. Kommt noch ein 1-1er rein. Mary Schadenpot-Dudes. So. Weil geht. Typ geht. Anderer Typ geht. Boah, das wird jetzt echt knapp. Das geht eigentlich. Eigentlich wird es gar nicht so knapp. Ich würde... Man muss hier nur fünf opfern. Äh... Wow. Ne, sechs muss man opfern. Sechs musst du opfern. Ja, dann knallst du dann halt ein. Du gehst fetschen. Gehst... Auf das Braid. Auf einen Lord sind trotzdem fünf Damage. Da fehlen dann die drei Damage. Ja, ja. Das sieht aktuell so aus, als würde es Schoenthal das machen. Seidmann hat das der Braid nicht genommen. Der, der ist auf der Hand. Warum überlegt man da noch? Ich weiß nicht. Wie gesagt, das kann auch gut sein, dass wir was völlig übersehen, was der Lord macht. Der Legendary. Dass die anderen ein Instructable kriegen oder so? Die müssen ja, wenn dann ein Instructable bekommen, damit da irgendwas passiert. Äh... Weil man würde jetzt ja uns einfach fetschen. Wow, da spielt man echt noch runter aufs Sieben. Dann Upgrade. Dann kriegt man fünf. Äh... Das ist jetzt aber echt... Ja, okay, man kann halt auf sechs runtergehen aktuell. Generell, da kommt kein Lord mehr. Ja, ja, weil halt diese drei Damage gemisst wurden. Äh... Huh. Das ist strange, was da gerade abläuft. Also gerade für jemanden, der jetzt halt nicht so tief in dem Spiel drin ist und die Gedanken da nicht so krass sieht. Das ist halt echt irgendwie gerade... Weil das ist... Das ist jetzt gerade irgendwie echt... Bisschen? Ja, das ist seltsam auf jeden Fall. Aber... Ist das wirklich ein Upgrade? Oder ist das ein Upgrade? Bin ich ziemlich sicher. Was vorwirkt man hier zum... Ich vers... Ey... Ich übersehe wahrscheinlich wirklich die Legendary. Ich weiß, was das Problem ist. Ja? Äh, ich hab mal in der Dings nachgeguckt. Ja. Die ist indestructible, solange du zwei andere Mehrvolks kontrollierst. Ja. Wenn die angreift, ziehst du eine Karte. Andere Mehrvolks haben Ward 1. Ja, die kannst du doch bezahlen. Mit zwei Leben? Mit zwei Leben? Zwei Damage. Bingo. Das war von Anfang an das Problem. I see. Du musst dir zwei Damage schießen. Und du bist jetzt an dem Punkt, egal... Du müsstest einen Pyroclasm haben. Hm, der macht nur zwei Damage. Ach, stimmt. Die Lords pushen sich ja selber. Und sie selber ist indestructible. Yes. Ah, okay. Das macht das Ganze natürlich das. Natürlich das. Das ist tricky. Oh, wie gesagt. Das sind Mehrfolgelegenden oder Mehrfolgkarten. Die hab ich mir halt nie angeguckt. Die Seiten, die in der Schule nehmen, nehmen wir das Ding her nicht. Ansonsten wird es schwierig. Ich wollte kurz sagen. Ja, ich weiß, dass die alle irgendwie plussen. Also die beiden, die umtunen, die plussen irgendwie. Ja, genau. Und ich... Kann auch sein, dass beide Dings... Wow. Gibt mal noch fünf. Für einen uprateden Typen. Hättest du was auf der Hand, um das in Show & Tell... Nein, das wäre Schwachsinn. Wenn du Grusel-Daddy hättest, das wäre halt... Ja, selbst dann wäre es das nicht so. Aber das ist... Danach greift man an, geht runter. Krass. Und das, obwohl man Dämst gemisst hat. Wow. Ja, sehr cool. 2-1 für mehr Erfolg gegen Show & Tell. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.